Im letzten Part haben wir zahlreiche Parallelquests gemacht und machen Climber direkt damit weiter. Und damit willkommen zu einem weiteren Part von Let's Way Dragon Box Sinneros 2. Selbstverständlich stehen geblieben und wir gehen jetzt hier alles vermöbeln, wie man sich bewegt. Und das fängt bei Bua an, ne? Nein, ich werde nicht antworten, du bist die Coole, du bist scheiße, Alter! Jetzt sind wir ab zu kurz, bis du bist ja nur einfach nur ein Hurensohn. Ja, ich bin unglaublich, ne? Hast du ja auch noch nicht verstanden, ne? So, und jetzt stirb. Oh mein Gott, Alter, bist du noch nicht tot? Na bitte, enke mal einen. Jetzt machen wir noch den zweiten, ja. Echt? Nur ein bisschen? Ich glaube, es sieht ein bisschen anders aus, wenn ich ehrlich bin. Und down. Oh ja, oh ne. Na bitte, endlich. Mit seinen kleinen Buffer-Möbeln schon wieder, Alter. Warum? Warum? Ich hasse die kleinen Dinger, die kann man nicht so echt treffen, Alter. Die sind zu scheiße zu treffen, Alter. So mega schissend. Ah, das kriegen wir auch hin, alles. Wir kriegen alles hin, hier. Stirb doch mal endlich. Wann ist Wieser eigentlich dazu gekommen? Ich hab nie darauf geachtet. Danke. Ich hab mir geholfen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nicht... Oh, jetzt kann ich mich irgendwie erwerben. So, Weltmeerdurch. Nein, ich arbeite hier eigentlich ein bisschen schlechter. Tja, Gotenks. Hat wohl nicht funktioniert, hä? Aber das wird auch nicht funktionieren. So. Ja, für... Was du mir jetzt halt angetan hast. Ja, ich hab's geschafft. Geil. Hätte ich nicht erwartet. Und... Raus. Danke. Ich will auch dich rausjagen. Ähm... Komm. Ach mein Gott. Lass dir mal in Ruhe, Alter. Ja, sehr gut. Der wird ja voll weggekommen und hier. Aber... Ja, ist doch klar. Ich bin ja... Das geht an Person. Sehr gut. Was kommt jetzt? Jetzt geht er auf. Ich sag's euch. Er dreht auf. Er dreht voll auf. Er... Er... Er kriegt jetzt voll auf die Glocke. Ah. Wow. Der ist zu stark. Wir müssen uns überwärts einfach lassen. Ich hoffe, wenn der... Guter killt, war's das. Ja, klappe, Gotenks. Ja, komm. Na, komm. Wenn dieser stirbt, war's das. Wir müssen irgendwie... Ich darf sagen, dass er nicht stirbt. Also, ein Vegetto nur trafiziert. Jetzt hab ich die Chance. Hey. Oh, ja, komm. Oh, ja, komm her, Alter, da. Lässt dich treffen. Und jetzt ausrotten. Sehr gut. War das klappt? Gut, oder? Nee, hat nicht geklappt. All right. Ah. So. Hey. Und? Oh, komm. Wir haben jetzt was raus. Hallo? Ich hab das. Komm, willst du mich verarschen? Dicked? Jetzt bin ich mega mad. Jetzt wär ich Bierus und Wies auf die Fresse geben. So, dann nehmen wir mal los jetzt hier. Ich bin jetzt mega angefressen, Alter. Deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen Herder draufhauen hier. Also, Wies kriegt gerade echt ganz schön auf die Glocke hier. Das ist mein Eindruck, ja. Ach, komm schon. Ich geh mit. Der Mew hat gewonnen. Das war hart. Das war wirklich mega hart. Ich kann mal rum. Oh mein Gott. Bandit. Na, komm her, Bierus. Wir machen uns jetzt um dich kümmern, ne? Oh, Alter. What the fuck? Der wird hier ausgecomboet, hier. Das war eine Kombo, Alter. Das war der Kombo, Alter. Wirklich. No shit. Wow, es geht ja nochmal eine zweite Runde. Irgendwie macht es gerade Spaß gegen Bierus zu kämpfen. Ist irgendwie ein bisschen lustiger als hier vorhin. Wo wir es so auf die Glocke bekommen haben. Ganz ruhig gerade mit Bierus hier anstellen, ne? Ungefähr genau das. Ja. Wow, fandst du cool, ey? Fandst du cool, oder was? Wir haben ihn fast. Sehr gut. Na, komm. Und er ist raus. Yes. Das war ein harter Finish. Haben wir noch ein bisschen Quests noch mal erfüllt? Da kommt noch eine. Cool. Oh. Was hat Bierus mit der Sache zu tun? Bin ich mal gespannt. Das werden wir noch erfahren. Aber erst mal müssen wir uns erstmal hier um ein... etwas verrückten... Wow. Das war echt kurz gewesen, ne? No? No, komm. Okay. Dann halten wir dich mal. Und? Komm schon. Mein Kill. Ah, ich bin auf Zeit. Das wird... ein bisschen... Ach, das wird spart. So. Ich bin auslöschen. Und go. Ja, die war wirklich ein beeindruckend. Ich bin nicht durchgebrochen, aber... Ah, geil. Wir müssen uns... in dem Zeitpunkt erstmal kümmern. So, noch. Komm. Yes. Nein. Das war ziemlich gut, ne? Du siehst sehr schwach aus, weißt du das? Und jetzt stirb doch mal endlich hier. Ja, Bodo, bist du einfach kein Ausfall für mich hier. Guck dich doch mal an. Und? Alter. Wupp. Hör auf, Abzau'n. Dankeschön. Wer kommt jetzt? Roli. Glaub Roli. Hab keinen Räumen damit. Nicht echt. War gut ausgerechnet, ne? Und? Daun. Ja, zerstör mich doch. Komm. Zerstör mich. Beeindruckt mich. Zeig mir, dass du zwerb bist. Oh ja, Alter. Ähm, ja, sehe ich. Wer kommt als nächstes? Ja, zerstör mich. Stirb doch. Und jetzt stirb. Dankeschön. Erledigt. Hab ich alle besiegt oder? Finisher. So, es kommt jetzt. Bonusrunde. Okay. Du willst mich zerstören? Dann komm her. Geil, komm her. Ach komm. Haust du ab schon wieder? Ich mach dich gerne kalt. Danke. Und? Oh ja, Alter. Das war hart gesessen. Ich muss ihn jetzt töten. Ich muss ihn töten. Der ist mein Kill. Danke. Sehr gut. Der gehört mir. So. Mission bestanden. Perfekt. Die neuen Krieger. Bin ich mal gespannt. Ja, welches Race, Alter. Du bist gerade eher weggeboxt hier von mir. Das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Goten. Ach mein Gott. Äh. Okay. Ja. Komm, Aja. Ja. Ich krieg doch Goten hier getroffen. Was soll die Scheiße? Jetzt. Dann nehmen wir los. Äh. Ja. Ja. Du verdammt down. Den treffe ich schon noch. Keine Sorge. Da muss ich nur noch ein bisschen mich konzentrieren. Und down. Jetzt muss ich noch so ein Tor erledigen. Aber der wird ja... ein bisschen härter werden. Oder auch nicht. Da wird ja gerade von mir auch weggefetzt, hier, Alter. Oh, nicht. Doch. Oh, schau. Jetzt gehen sie auf. Na dann, dreht auf. Wenn ihr unbedingt wollt. Ich hab kein Problem damit. Ach, die hauen ab. Alter, jetzt ist der echt denn mit euch. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, die verteilen von dem hier erstmal. Na, bitte. Die Socke wie im Eimer hier. Und down. Oder auch nicht. Nicht. Vielen Dank, dass du mich hast laden lassen. Ja, dann kann ich das jetzt machen. Och, komm. Und? Hä? Ich bin... Hä? Ich hab auch sein geschluckt. Jo. Du bist mad? Jetzt immer noch? Ja, komm her. Woher musst du enden? Oh, nicht. Ja. Oh, ja, Alter. Ganz trainieren wir halt. Ja, Bastard. Du Bastard, Alter. Ich kann nichts tun. Ja, blockier mich gleich komplett, Alter, ja. Ich bin stärker, ey. Fick dich. Dann komm her. Ich muss mir so ein Gokor an... Oh, so ein Gokor ist mir irgendwie brechen, ja. Der geht mir jetzt zu sehr ab hier. Ein bisschen zu sehr, aber ich will behaupten. Sehr gut. Erledigt. Der ist wirklich mit down. So, erledigt. Wo ist der andere? Da ist, wie geht er. Oh. Wer hat gewonnen? Wer hat ihn jetzt nie verpasst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das war. Anscheinend war nicht. Noch eine? Oh mein Gott. Ich hätte es jetzt zwar nicht erwartet, wenn es noch eine Quest kommen würde, aber es ist noch nicht gekommen. Dann gut, dann machen wir uns halt um. Oh, wir spielen jetzt hier Battle of Gods, ja. Die ganzen... Dann gehen wir nach woher wir... So. Na dann, Bios. Ja. Ich glaube, das schmeckt nicht. Ja, Alter. Ich hoffe, dass du mad bist. Ich glaube, der greift mich an. Ich glaube, der kann er auch nicht haben, Alter. Oh Gott, der hat viel erleistet. Das habe ich gemerkt. Ist mir auch egal. Wirklich Sinn. Und? Ja. Das ist ab, doch. Na. Wow. Den machen wir ja gerade wirklich kalt hier. Fast getroffen. Fast. Wow. Voll in den Rücken, Alter. Das ist wirklich eine schöne Masse, die er bekommen hat. Na. Geht weiter auf, oder? Keine Ahnung. Er gibt doch nicht auf. Er gibt echt nicht auf. So. Ey. Aufgehen. Wäre auch angebracht. Ja, ich habe keine Ahnung. Er gibt doch nicht auf. Wir bringen Bios um. Oh. Erledigt. Echt? Echt? Du bist umkümmern? Na, wo bist du denn? Er ist dort. Oh Gott. Du hast mir keine Wahl. Wow. Der ist stark. Der ist stark als Bios, wenn er da ist. Der ist. Also ich muss da ein bisschen mehr reinhämmern. Oh, danke für die Glückwünsche, dass ich die Unterricht erreicht habe, ne? Wir haben beides mal eine Leiste down, ne? Muss ich mal erwähnen, ne? Eine Leiste einmal down, ne? Oh. Ja, die war wirklich gut, ne? Alter. Ah, das ist ganz blöd. Natürlich ist das jetzt erstmal keine Fail-Condition. Das wäre jetzt wirklich das Schlimmere. Ja, bin ich wirklich nicht. Siehste? Du bist gerade weggecomboet hier. Oh, der hat nur noch eine Leiste. Das heißt, wir sind, sagen wir, dem Ziel näher gekommen. Wow. Not bad. Ui, Falltreffer. Wo ist er? Da. Alter. Ich glaube, ich bin zu verstecken. Stell dich wie im Mann. Na gut, was erwarte ich. Und down. Wow, das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht, muss ich euch dazu sagen. Noch eine Quest. Oh mein Gott. Das wird wohl nicht mehr aufhören. Mal gucken, wie ich hier derart. Du hast auch fast viel Leistung, aber du nimmst wenigstens mehr Damage als die anderen. Und. Ja, das ist ja wirklich das Spirit hier, ne? So. Mal haben wir schon mal. Out up. Na, ein paar Folgen will mal. Ich glaube, da haben wir nicht nur drei Minuten Zeit sogar. Ach, scheiße. Das wird knapp. So. Mal schnell los hier. Wir beginnen jetzt mal mit dem Aufräumen hier. Not bad. So. Wir aufhauen, wir aufhauen. Und er wird ab. Schon wieder. Na dann, nehm wir mal los. So. So, dann. Komm. Okay. Und. Down. Geschafft. In unter zwei Minuten krank. Was kommt jetzt? Okay, zweite Runde, hab ich gehört. Dann nehm wir los. Und. Angriff. Yo. Jetzt können wir so einen Spaß haben. Ja, komm. Na bitte, komm. Und. Nochmal. Das macht Spaß. Das macht schon Spaß. So. Und. Komm schon. Und stirb. Oh shit, das war krank. Das war jetzt sowas von ungeplant und durchgezogen. Nice. Ich bin ausgewichener eigentlich, aber egal. Ja, ey. Der Arsch hat mich erwischt. Darn it. Aber. Leider hat das nicht geholfen. Ich hab ihn trotzdem erledigt. Ha. So, will ich sehen. Wenn Sonnequests kommen, ich kotze im Strahl. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ihr habt doch den Arsch offen, oder? Hier war's im nächsten Mal. Von daher kommt er nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Hab keinen Bock mehr. Und. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.